Also, ich denke, ich fahre jetzt mal zum Flughafen. Du wirst sicherlich nicht mitfahren. Pam, ich... Gailord M. Fokker. Ja, das bin ich. Ich dachte, Ihr Name wäre Greg. Das ist doch so. Steht aber nicht auf dem Formular. Ich weiß, das ist mein eigentlicher Name, aber seit der dritten Klasse hat mich keiner mehr so genannt. Naja, was soll's. Augenblick mal, Augenblick mal. Also, dein Name ist Gailfokker? Danny. Tut mir leid, tut mir leid, aber das ist doch kein normaler Name, oder? Nein. Hey, Danny. Hey, Danny.